Lö-dö-dö-dö-dö... Ähm... Ach so! Okay, Blume. Moment? Da gibt's ja doch keine Blume. Äh, was gibt's denn bei allen dreien? Bestimmt auf, links... Äh, Wassertropfen, Mitte... Kein Wassertropfen. Rechts. Auch kein Wassertropfen. Links. Krebs. Mitte. Kein Krebs. Okay, das kann ich gleich schon mehr vergessen. Links. Skelett. Mitte. Skelett. Rechts. Okay, ich muss das Skelett also erwischen. Awesome, awesome. Ich bin so toll. Ich bin so toll. Oh ja, und eingebildet bin ich obendrein noch. Das gibt's noch als extra. Huahaha. Ach, ich liebe ihn, wenn er Salthus macht. Oh ja, oh ja, du geile Sau. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich wäre. Haha, nein. Ich frage mich, wie ich an den Spinnnetzen hier vorbeikomme. Kann ich die eigentlich noch mal anreden? No. Aber ich könnte noch mal speichern. Die Hälfte ist geschafft. Wie mir auch scheint. Wie mir auch scheint. Du, 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 du. Hm. Was ist hier? Schon wieder Fackeln. Kriege ich hier drin was zum Anzünden? Ja, nein. Eftel? Oh nein! Zum Glück habe ich so eine blinde Störungswut. Du, 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 du. Was bringt das hier? Ist hier vielleicht irgendwas? Wieder ein versteckter Schalter? Nein. Anscheinend nicht. Hm. Du, 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 du. Lalalalalala. Was hat das gebracht? Ach so. Ja, okay. Eh, 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 eh. Ewiges Gehüpfe. Hm, 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 hm. Oh, da ging es ja weiter. Das habe ich eigentlich nur so rein routinemäßig ausprobiert. Oh nein! Oh nein! Gleich zwei! Vor diesenMe-Bossen. ... und er ist einfach nur genervt. Ach, so stark sind die nicht. Oder bzw. nicht mehr. Schließlich sind wir jetzt Imbar. Die Gäste sieht anders aus als die anderen. Äh, und ich sollte sie vielleicht von vorne ansprechen. LAMPE! Ja, endlich! Wie in die Legend of Zelda! Du bist nun im Besitz einer Lampe. Ruste sie im Ausrüstungsmenü unter Waffenwerkzeug aus. Wer weiß, was man damit alles machen kann. Hm, ich komm nicht drauf. Bitte spoilert. Wehe. Oh nein, was ist zu tun? Schreit in den anderen Raum rennen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Was zum... Ach du Scheiße. Ähm... Äh... Ausrüstung? Waffenwerkzeuge? LUMPE? SCHLUMPE? Okay, das war cool. Rrrrrrsch. Rrrrrrsch. Rrrrsch. 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 Neeeee! Okay, ich glaub, sie sind einmal, ähm, länger unten. So... Düt. Rrrrsch. Düt. Oke, Düt. Test. Düt! Düt! Ja, ihr wisst schon. Tüt. Wer kennt das nicht? Hurra! Hurra! Mwah! Pew, 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 Pew! Chatsang! Hm, schau mal damit. Ja! Es funktioniert. Herzteil schon wieder. Langsam langweilt es mich. Obwohl nein, hier haben wir Happit und das ist Awesome. Ein kristall fehlt uns, glaube ich, noch. Wo könnten wir den aktivieren? Hier? Beziehungsweise im Raum drüber. Oh Gott! Ah! Ja, was heißt A? Ich habe jetzt nur eine Lateine gefunden. Aber zumindest... Oh! Oh! Hier! Wo ist das? Keine Ahnung. Ähm... Ach so, hier gleich drüben. Ich hasse Puzzeln! Was muss ich denn... Ach so! Ich muss Memory spielen! Oder so ähnlich. Ähm... Oh! Das muss alles in einer Reihe. Au... Oh! Das wird witzig. Okay, Moment mal... Ja, da wollte ich nicht drauf. Das war ein Versehen. Das hier funktioniert. Dann wahrscheinlich das hier so. Und das. Ah, ja, ja. Dann hier drauf und dort drauf. Und dann dort drauf und dort drauf. Dort drauf. Dort. So, jetzt. Hier. Und da. Und dort und da. Und dort und da. Und da und da und da und da. Ja. Oh, the main gauge. Wir können endlich hindurch. Hindurch, hindurch. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ähm. Aber bevor wir dorthin durchgehen. Habe ich noch etwas vor. Und zwar. Gab es hier doch noch. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ein Spinnennetz. Das es zu verbrennen gilt. Und Smaragd. Und. Oh, was kann es sein? Oh, ho, 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 ho. Damit hätte ich nie gerechnet. Ausrüstung. Waffen. Unser kleines Brotmesser. Vielleicht heile ich mich lieber nochmal. Ich habe ja genug. Unnütze. In Anführungszeichen natürlich. Fichtelblätter. So. Ich bin natürlich mit Blaubeeren ausgestattet. Na. Was will ich mit Fichtelblättern? Na. Ich wollte gerade sagen. Ich habe noch ein paar Erfahrungspunkte. Aber hier gibt es ja. Gibt es ja nicht. Bzw. Also. Ja. Es sind schon Punkte. Die man sammelt. Aber man hat hier ja keine Level. Speichern. Lieber gleich noch einen neuen Speicherstand. Vor allen Dingen. Nur nicht mal wegen dem. Was uns dort vielleicht erwarten könnte. Sondern eher. Weil ich Angst um meine Aufnahmen habe. Es kann immer was passieren. Glaubt mir.